Jojo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei UX Uncut, hier bei der 100.000 V-Bucks Challenge. Natürlich wie immer bei UX Gaming, UX Uncut mit eurem Host UX Charlie und natürlich meinem verehrten Kollegen, der sonst auch immer dabei ist, Flo Acker Avarion und einen Gast haben wir heute auch noch einen Fan, haben wir uns praktisch hier auf den TS geholt, aber erstmal hallo Flo. Hallo Max. Wie man das sehen kann, hast du mittlerweile jetzt eigentlich hier einen Popschutz rangeholt? Nein, ich habe immer noch die konventionale Socke. Okay, ja, sehr gut. Aber wie gesagt, wir haben uns einen Fan rangeholt von diesem Podcast, der ist ein spannender Zuhörer jedes Mal. Den haben wir auf den ts3.ox-gaming.com-server geholt, natürlich gesponsert von Zapp Hosting, wie immer Leute, zapp-hosting.com-ox-gaming. Willkommen, Lukem. Ja, moin. Danke, dass ich da dabei sein kann. Oder wie die Xboxer sagen, LTS Lukem, richtig? So trocken direkt zu meinem Anfang an, ja. Was? Ja, nein, also das Ding ist, Lukas und ich kennen uns schon ein bisschen länger. Also, Lukems richtiger Name ist Lukas, deswegen nennen wir ihn jetzt hier in dieser Diskussion auf jeden Fall immer Lukas. Das ist sehr freundlich. Warum bist du überhaupt dabei? Ja, ich habe dich einfach angeschrieben auf WhatsApp, ganz einfach. So einfach geht's. Also, jetzt ist natürlich kein Ansporn an die ganzen Zuhörer, wenn sie dabei sind. Doch, mach das ruhig, Leute. Dass sie mich auf WhatsApp schreiben. Ja, aber Lukas hat mich gefragt, ob man dabei sein kann. Ich habe gedacht, das könnte ja vielleicht eine ganz interessante Situation ergeben, beziehungsweise eine ganz nette Diskussion, da Lukas eben nicht mehr bei UX Gaming ist und er eigentlich der Grund ist, warum ich bei UX Gaming bin. Also, wie ich überhaupt zu UX Gaming gekommen bin. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, also, die Situation ist vielleicht ein bisschen weird, dadurch, dass Flo und Lukas sich jetzt nicht so gut kennen. Habt ihr euch eigentlich schon mal in echt gesehen? Nein. Nee, aber wir waren ja noch zeitgleich, glaube ich, wo ich damals rein bin, warst du ja noch drin, oder? Ja, ich habe auch damals positiv für dich abgestimmt, mein Süßer. Das stimmt. Oh, ja, dann gab es eine Abstimmung, ob wir Flo reinlassen. Ich meine, wer hat es nicht gemacht, seien wir mal ganz ehrlich jetzt. Also, ich weiß jetzt nicht, für was ich mich damals entschieden habe, aber auf jeden Fall ist Flo jetzt hier drin. Nein. Nein, ich glaube, ich habe auch für Flo gestimmt. Ich glaube. Nein, ich bin mir schon ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht, ihr wart ja auch zeitgleich auf der Gamescom, oder nicht? Denn ich bin, also das Ding ist, das erste Mal, als ich auf der Gamescom war, habe ich auch direkt bei Lukas übernachtet. Also, jetzt nicht so Groupie-mäßig, sondern schon geplant. Auch nicht Groupie-mäßig. Ja, und 2016 habe ich auch bei Lukas geschlafen, dadurch, dass Lukas in der Nähe von Köln wohnt. Und damals eben noch bei UX Gaming auch Member war, so gesehen. Ja, und ihr müsst jetzt eigentlich 2016, 2016 habe ich auch das letzte Mal Flo getroffen, richtig? Ja, das war auch das einzige Mal, ne? Also, dann warst du, ich habe nämlich gerade überlegt, ja. Und dann war, also, da warst du auch 2016, Lukas? Ich glaube, ich war die letzten fünf Jahre da. Ah, okay. Weil ich kann mich nämlich nur daran erinnern, dass ich dich und Floyd begrüßt habe, so von der UX-Leinarbeit. Ich kannte halt den Rest auch nicht, so, also, ja. Okay. Ja. Ist kein Problem. Ich fühle mich nicht benachteiligt hier. Ja, ich hätte jetzt gedacht, weil dadurch, dass wir, ich glaube, 2016 haben wir schon alle so ein bisschen so zusammen gechillt, ja, die UX-Leute und Flo, als du ja noch in so, warst du 2016 noch in sozial, ich glaube schon. Ja, aber da haben wir nicht zusammen gechillt. Sicher? Ja, ganz sicher. Wir haben nur unsere Videos gegenseitig geguckt, glaube ich. So, das war es aber auch. Okay, okay, okay. Aber, aber ich hatte, ich hatte dich ja getroffen. Genau. Also, ich bin zu euch gekommen. Muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ich bin zu euch gekommen. Okay. Ja, ich bin, ich bin in die Gruppierung. Und dann weiß ich noch, habe ich dich gefragt, wer das ist. Und dann hast du gesagt, ja, das ist Roman, der Chef. Glaube ich, da hast du mir, äh, Roman, ich glaube, das, das muss Roman gewesen sein. Nee, 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 das war Dennis, Dennis war das. Ja, das war 2016, war Roman, glaube ich, schon raus, zu der Zeit. Ah, shit, Alter. Das war 2016. Das war ja toll, jetzt habe ich noch was erzählt hier. Also, erstmal grüße einen Krüger, denn jetzt wäre er an der Stelle. Ähm, ja, aber Lukas, wie ist es denn da, wie ist so deine Geschichte mit UX-Gaming? Ich glaube, das könnte ganz interessant sein für Leute, die jetzt neu entscheiden. Denn du bist ja praktisch Mitbegründer dieses YouTube-Kanals, beziehungsweise der Aktivität des YouTube-Kanals. Das stimmt tatsächlich, ähm, ich glaube, das führt alles zurück darauf, dass der Stylers den Contest gewonnen hat, damals, zu Ghost-Zeiten, wenn ich mich nicht, äh, recht in Irre. Ähm. Aber du kennst, du kanntest damals nur Stylers, ne? Ich kannte Stylers und ich kannte Floyd durch die Videos, korrekt, ja. Mhm, mhm. Und, äh, sag mal, diesen Contest, was genau war das für ein Contest jetzt? Weil ich weiß davon zum Beispiel gar nichts. Ähm, damals war das für ein Contest. War YouTube, also UX-YouTube eigentlich gar nicht vorhanden. Damals gab's halt nur die, die Commentaries von Baumi, glaube ich, noch. Ja, ja, ja. Falls sich einige Leute dran erinnern. Und, äh, ein paar CW-Maps, ich glaube, das war's. Und vielleicht Ausschnitte aus Livestreams von irgendwelchen Cups, whatever. Mhm. Und Vontages von, 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 äh, von Dennis, Ace, Ace Creations. Genau, genau. Ah, okay. Die fettesten. Kenn ich auch. Und auf jeden Fall, ähm, gab's da mal eine Ava Media zu gewinnen von UX selbst. Und man musste halt sich, äh, vorstellen mit einem Video. Und da hat der Chris halt gewonnen. Und, ähm, Roman kam dann auf diese Idee, diesen UX-Content-Part einzuleiten und Chris dann ein Lied zu geben. Und Chris ist dann direkt, glaube ich, mit als erstes zu mir gekommen. Hat mich gefragt und, ja, da war ich. Ja, aber ihr habt euch ja vorher auch noch gar nicht getroffen. Also ihr wart praktisch eigentlich auch nur Zockerfreunde-mäßig, ne? Ja, wir kannten uns nur über das Internet. Also, ja, sonst gar nicht. Okay. Und, und Floyd, wie ist der denn dazu gekommen? Weil das hab ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Wer jetzt von euch einen Floyd kannte? Floyd hat, glaube ich, auch einfach nur mitgemacht. Kann das sein? Ich glaube, ja, Floyd hat da auch mitgemacht. Der ist ja Zweiter geworden soweit. Ja, genau. Und das stößt sich bis heute bitte auf, wenn man ihn daran erinnert. Was gab's beim zweiten Platz? Gab's da überhaupt irgendwas für den? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Ich glaube, irgendwie Energies oder sowas vielleicht. Also irgendwas Kleineres als eine Capture-Card irgendwie. Ja, aber auf jeden Fall. Genau, ich glaube, Floyd, Floyd war damals schon in dieser 6-words-6-Suchen-und-Zerstören-Community aktiv, die ja bis heute anhält und lebendig bleibt. Ein Glück. Es ist ja auch praktisch eine Art Kulturgut der deutschen Call-of-Duty-Szene, kann man sagen. Auf jeden Fall war Floyd damals daran aktiv und kannte UX Gaming halt wegen des, wie bis heute, besten deutschen 5.5, 6.6-SNG-Teams und hat deswegen, glaube ich, mitgemacht, weil er, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob er überhaupt Videos vorher gemacht hat, aber wollte auf jeden Fall irgendwas gewinnen, diese Ava-Media, glaube ich. Und dann ist er praktisch auch mit da reingerutscht in dieses Public-Team. Und ich kannte ja nur dich, Lukas. Ja, genau. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du hattest mich angeschrieben, ob du meine Gameplays verwenden darfst. Oh, shit. Und damals war es sogar noch so, dass ich mehr Abos hatte als du. Echt? Echt jetzt? Ja. Okay, cool. Aber auch nur so 20 Stück mehr oder so. Aber auch nur wegen German Top Gameplays, muss man da, glaube ich, dazu sagen. Du warst ja bei, KS Freak hat dein Gameplay kommentiert, also. Äh, KS Freak hat dein Gameplay kommentiert und Core Leone, aber das war dann ein anderer Channel. Also war immer noch German Top Gameplays, aber einem neuen Channel, glaube ich. Ja, aber zu der Zeit war, also, also da war das halt das Nonplusultra, glaube ich, so. Also das Ding ist, also ich glaube, wir müssen nochmal kurz erklären, was German Top Gameplays ist. Das ist halt so ein Community-Channel gewesen. Da konnten Leute, ähm, halt praktisch ihre Gameplays einsenden, wenn sie halt krasse hatten. Und dann haben andere bekannte YouTuber die halt kommentiert und dadurch, das war halt einfach ein Cross-Promo-Channel, kann man sagen, ne? Ja, genau. Äh, das ist übrigens auch der Channel, den dann nachher unser, ähm, unser Netzwerkleiter, von Unique, ne? Ja, genau. Unique ist das doch, ne? Von Unique. Äh, der hat den damals gemacht, oder beziehungsweise hat den nachher gemacht. Ich glaube, vorher hat den auch irgendwie anders gemacht. Ich glaube, Chris heißt er, äh, oder hieß er. Äh, und, ja, da hat Lukas dann ihr sein Gameplay eingereicht. Ich hab das dann angesehen, hab ich gedacht, geh ich mal auf den Channel. Und dann war das erste Video, was ich vor dir gesehen hab, irgendwie It's Luke in Bit erkannt, oder irgendwie sowas. Ja, das war, das war tatsächlich, glaube ich, zwei Tage danach, äh, nachdem ich das Gameplay hochgeladen hatte bei, bei denen. Was aber nicht von Chaos Freak war, sondern, also kommentiert wurde von, sondern von Corleone. Und dann war ich in der Bodenangriff-Lobby und dann waren da diese zwei netten Herren. Und hab ich das einfach so hochgeladen und dann, warum nicht? Wurdest du seitdem mal wieder erkannt? In Lobbys? Außer jetzt irgendwelche aus der Community, die man eh kennt? Ja, tatsächlich, ja. Echt? Mhm. Aber jetzt nicht so mit der, mit der... Mit der Reaktion, richtig. Ja, okay, okay, okay. Das ist jetzt Luke, das ist der von GermanTopGameplays, der hat 148 Kills gemacht mit der, äh, PDW. PDW war das, auf Raid, Leute. Zu Null. Zu Null. Und ich hab das gesehen, ich hab gedacht, okay. Was? Zu Null? Ja, zu Null war das. Mit Nuklear? Ja, natürlich. Okay, okay. Ja, und ich hab das halt gesehen. Ich hab gesagt, okay, du selbst kannst nicht zocken. Äh, Lukas kann das aber. Dann schreibst du ihn mal an. Der hat ungefähr die Amos wie du. Gut, er hatte ein bisschen mehr als ich, aber... Naja, ich hab gedacht, probierst du mal den Glück mäßig. Äh, ja. Und dann hat er mir gesagt, jo, äh, kannst du verwenden. Kriegst halt nur einen Copyright Strike, ne? Äh, nee. Okay, aber es ging dann alles cool mäßig vonstatten. Und, äh, ja, so hab ich dann... Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns da mäßig so angefreundet haben. Also irgendwie muss ich ja bei dir bei WhatsApp gelandet sein. Ich hab dich definitiv nach deiner Nummer gefragt. Ah, ja, ja, okay. Weil ich wollte dich, glaub ich, auch in UX holen, weil ich wusste, dass du eine gute Stimme hast. Hm? Da bin ich mir aber auch... Das war dann auch das Einzige. Ich bin jetzt so alt. Ich hab mich an das meiste gar nicht mehr erinnern, ne? Ja, also es müsste so ungefähr um 2014 rum gewesen sein. Und du weißt noch, wie du mich angeschrieben hast? Ja, wir haben vor einiger Zeit, also dieses Jahr, nee, letztes Jahr, sorry, 2019, ne? Ja. Letztes Jahr noch drüber gesprochen. Ich glaub, ich hab dir ein gewisses Wort mit H geschrieben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ach, okay. Ja, genau. Hallo, ich bin's, Luke. Möchtest du UX Gaming joinen? Und vor allem, beziehungsweise, damals hieß es ja noch Team Under-Rate-X. Und ich hatte das dann gar nicht so richtig gepeilt, weil ich halt nicht wusste, was Under-Rate-X sein soll oder was das für ein Team ist. Und du meintest dann irgendwas mit, ja, die spielen gut in der PSL-Liga und in der CSL oder so, so ne Scheiße. Das war damals der Übershit. Aber das war auch alles nur Sechs gegen Sechs. Ja, genau, genau. Also, damals war halt UX dafür halt am meisten bekannt, sag ich mal. Also, dadurch, da hatte UX halt auch schon die meisten Follower, sag ich mal, so auf Facebook so ungefähr, ne? Damals war ja auch noch, die Community war ja alles auf Facebook, nicht auf Twitter oder so, sondern alles, was irgendwie stattgefunden hat, war auf Facebook. Ja, wobei diese ganze Sechs-Vers-Sechs und Fünf-Vers-Fünf ist ja immer noch eigentlich auf Facebook, kann man sagen. Ja, das stimmt, aber es entwickelt sich der Trend Richtung Twitter mittlerweile, denke ich. Ja, das stimmt schon, ja. Ich glaube aber, das liegt nicht mal an der Plattform, sondern es liegt generell an der Community, weil es immer weniger, glaube ich, eine Community gibt. Zumindest nicht mehr in dem Ausmaß wie vor vier Jahren. Ja, das Ding ist aber auch, dass die ganzen Fünf-Vers-Fünf- und Sechs-Vers-Sechs-Spieler, das sind ja alles ältere Leute meistens, die halt keinen Bock mehr auf All-Mode haben oder die Reaktionsgeschwindigkeit dann nicht mehr mitspielt, damit man da ein Hardpoint irgendwie was erkennen kann. Ja, oder einfach zu schlecht sind, so wie ich. Ich wäre auch ein perfekter Fünf-Vers-Fünf-Schs-Vers-Sechs-Spieler. Ja, und es ist auch kein Wunder, dass sie Facebook nutzen, weil wisst ihr, wie das Durchschnittsalter des Facebook-Nutzers ist. Nee, sag mal. 30 plus? Schätzt du einfach mal? Flo sagt 30 plus. Was sagst du, Lukas? 45. Hier ist die Mitte davon. Also 35 Jahre alt ist der durchschnittliche Facebook-Nutzer. Das ist richtig weird, oder? Aber dann ist es auch keine Frage, warum der Fünf-Vers-Fünf-Bereich immer noch bei Facebook geblieben ist. Jetzt hätte ich gerne aber auch die Statistik, wie alt Twitter-User im Durchschnitt sind. Boah. Ja, das stimmt natürlich. Weiß ich gar nicht, ob man das so richtig Deutschlandweit auch vergleichen kann, weil in Deutschland ist es ja eher eine Nische, Twitter zu nutzen, denke ich. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber es kommt drauf an, also, ja. Also ich kenne niemanden. Ich sage mal so als Private vielleicht schon, aber wenn du auch so in dieser YouTube-Schiene unterwegs bist, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, keine Nische dann mehr. Glaube ich nicht. Ja, ich glaube, die wenigsten, die, also ich glaube, die meisten nutzen das mehr so, um halt ihren, den anderen Leuten zu folgen, aber die meisten tweeten selbst gar nicht so in Deutschland. Also die meisten konsumieren nur, ne? Ja, genau. Die würden jetzt nie was posten oder so, wie beispielsweise auf Facebook irgendwelche Leute sowas machen. Wobei, so richtig postet man ja auch eigentlich ja nicht, wenn man jetzt, also wenn man ein ganz normaler Typ ist, ne? Das ist nicht in der Call-of-Duty-Community, wenn man ein ganz normal irgendwelche Social-Media-Sachen nutzt, dann würde man ja eigentlich nur Bilder auf Instagram posten, oder? Mittlerweile? Ja, stimmt, stimmt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das mit Facebook ist nur noch so zurückgehend in Deutschland, weil in Amerika haben die echt noch viel Facebook genutzt, so, also, und nutzen immer noch viel Facebook. Das ist immer noch ein Ding. Ja. Also, so klein, wie wir denken, dass Facebook jetzt mittlerweile wird, ist es, glaube ich, gar nicht der Fall. Das ist in Deutschland vielleicht so, aber nicht weltweit. Also, das glaube ich nicht. Facebook gibt sich aber auch größte Mühe, dass sie da irgendwie die jungen Leute noch irgendwie zurückbekommen. Beispielsweise jetzt was wie Facebook Gaming, dass sie extra Geld bezahlen, damit... Ja, das ist ja auch was mehr irgendwie für Uli, den LKW-Fahrer irgendwie aus Buxtehude, so, weißt du? Der guckt den Whisker Wasser ab, weil... Ja, der spielt da seine Rainbow Galaxy Challenge, Flugsammelspiele auf Facebook Gaming und das war's. Es spielt auch kein junger Bengel mehr. Ja, das stimmt. Du weißt, wenn die jungen Leute, die haben doch alle ihr Fortnite, die jungen Leute, die haben ihre Tattoos. Nein, 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 ich meine nicht die Facebook Games, sondern Facebook Gaming. Beispielsweise Facebook Gaming war ja auch auf der Gamescom. Ach so, Facebook Gaming im Sinne von Twitch.tv für Facebook. Ach so. Nicht hier Farmbild oder so eine Scheiße, das meine ich nicht. Ich dachte gerade nicht. Nee, also damit glaube ich nicht. Ja, dann hast du ja schon recht mit dem Uli aus LKW. Ja, nee, das stimmt schon irgendwie, aber ich war da eher darauf gezielt, dass Facebook ja YouTuber bezahlt oder beziehungsweise Streamer oder generell Content Creator bezahlt, dass sie exklusiv halt für Facebook streamen und da dann halt Twitch beispielsweise vernachlässigen oder halt YouTube Gaming, was ja eigentlich so das Konkurrenzprodukt so von Google ja irgendwie ist an Facebook Gaming. Ja, es ist aber auch so, allgemein ist es irgendwie krass, weil man hatte Facebook so, damals hatten wir noch Schüler vor Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch... Doch, das kenne ich nicht. Ja, siehst du... Bei uns ist es Schüler CC. Ja, Schüler CC, ja, das waren die etwas cooleren so. Aber das ist irgendwie krass, es gibt immer noch was Neues, es kommt noch mal was Neues. Weißt du, ich finde es irgendwie krass, wie immer wieder was Neues kommt. Und es wird irgendwie nichts neu erfunden, sondern irgendwie wird es nur so ein bisschen verändert, das finde ich krass irgendwie. Aber du redest hier von Schüler vor Zeit, wenn es Leute gibt, die noch MySpace kennen und sowas. Ja, ja, MySpace und sowas. Ja, ICQ, ja klar. Ja, das ist aber auch... Das ist... Aber ich glaube, das nimmt halt ab, dass es immer neuere soziale Netzwerke gibt. Also ich glaube, das letzte neue soziale Netzwerk war denn ja wohl Facebook, oder? Oder vielleicht Instagram. Instagram ist auf jeden Fall noch neuer als Facebook. Snapchat würde ich auch noch als Netzwerk. Snapchat, ja, genau. Ja, aber Snapchat stirbt ja. Das ist ja schon... Ja? Snapchat ist ja schon das neue ICQ-mäßig. Echt? Ja. Ich nutze es nicht, aber... Ja, okay, siehst du. Snapchat hat sich halt selbst gefickt, indem sie halt diesen Patch da gemacht haben. Also das ist wie Call of Duty. Die patchen halt nur Scheiße rein. Echt? Ist das so krass gewesen? Ja, das macht... Also die haben... Also du nutzt ja keinen Snapchat-Flow. Nicht mehr. Nee, ich habe es in Amerika viel, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ah, ja, ja, okay. Ja, ist ja gut zu wissen, dass du da von ab bist. Also das Ding ist halt, dass man vorher halt immer, wenn man nach rechts geswiped hat, dass man da so die Storys von seinen Freunden angucken kann. Und jetzt ist es halt alles voll. Das kenne ich auch noch, ja. Und jetzt ist es halt, die Leiste ist halt praktisch nur noch die Storys von irgendwelchen bekannten Personen oder beziehungsweise Leuten, die dir halt empfohlen werden. So wie wenn du bei YouTube auf die Startseite gehst praktisch, wenn du eingeloggt bist in deinem Account. Also anstatt, dass du da die... Das ist wirklich ein bisschen ähnlich wie YouTube. Also praktisch... Also die denken halt einen auf, ja, du interessierst dich doch viel mehr für Leute, die du gar nicht kennst, als für die Leute, die du abonniert hast, mäßig. So, und das ist halt... Gut, bei YouTube ist es halt ein bisschen übersichtlicher, also dass man das sehen kann, beziehungsweise dass man da entscheiden kann, was man sehen will. Aber bei Snapchat ist es halt einfach trash. Also richtig, richtig trash einfach. Weil immer, wenn ich nach rechts swipe, dann kommt da hier Mafia-Braut und Bild und Trash. Wirklich absolut Trash. Immer das Gleiche. Bei mir ist es immer das Gleiche. die gleichen Personen, die hier angezeigt werden und... Ja, oder hier, Herak-Key, Herak-Key, Herak-Key. Martin Magniss... Magnissifin... Scheiße, den Typ, Alter, wenn ich das sehe, kriege ich Kotze. Nee, also den Typ würde ich... Da würde ich das eher feiern, wenn ich diese weirden Storys von ihm angucke. Aber wenn das halt irgendwelche Herak-Chai sind oder... Oder wie gesagt, Mafia-Braut oder irgend so... Das ist halt immer entweder irgendwelche... Irgendwelche Arvin-YouTuber sein wollen, ne? Also... Ach so, die... Irgendwelche Leute, über die sich Avi lustig machen würde oder irgendwelche sexualisierten Minderjährigen. Oder irgendwelche... Also für Freud eigentlich die perfekte App, theoretisch. Aber... Aber für jemanden, der wirklich Snapchat einfach nutzen will, um die Storys von seinen Freunden zu sehen, beziehungsweise von seinen Kontakten, ist es halt absolut... Also die haben sich halt einfach selbst ins Knie geschossen. Ja, aber... Ohne Scheiß, willst du das? Also interessierst du dich wirklich für die Story von den Leuten? Also interessiert dich das wirklich? Ja, also früher hab ich das echt mega gegrindet. Okay, ich gucke jetzt, weil mich wirklich interessiert, was Freud heute erlebt hat. Ah, okay, er war in New York. Schön. Nee, 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 das war mit so Durchscrollen, so wie es jetzt bei Instagram-Storys ist. Ja, genau, genau. Also im Prinzip schaltest du doch komplett ab und du scrollst doch einfach nur durch. Du nimmst das doch gar nicht richtig wahr. Also du guckst es an, aber du denkst doch gar nicht drüber nach. Ja, ja, das stimmt. Du siehst ja gar nicht wirklich, was da passiert ist. So ob der nun eine Story hochgeladen hat oder Fiffi macht eine Wurst. Das ist ja im Endeffekt egal eigentlich, weißt du? Für dich als Konsument. Ich sag nur mal, also so eine App will uns immer weiß machen und das soll jetzt auch kein Ranten sein über Social Medias oder so. Ich nutze die auch noch, aber... Ja, aber was nutzt du denn auch schon? So eine App benutzt, wenn wir irgendwie weiß machen, dass es wichtig ist. Seid ihr jetzt im Podcast? Was nutzt du denn da eigentlich so? Du hast ja gestanden, dass du so Digital Detox machst. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Instagram jetzt schon über eine Woche nicht mehr reingeguckt habe und Twitter habe ich heute genutzt, um mit dem Playstation-Support zu schreiben. Das war's. Echt, was war denn los bei dir? Mir wurden teilweise Spiele angezeigt als gekauft. Also ich habe sie gekauft, aber ich musste sie neu runterladen. Und das ging nicht, weil ich sie neu kaufen musste. Und deswegen musste ich mit dem Support schreiben und habe mit denen telefoniert und die haben mir auch nicht geholfen. Fand ich auf jeden Fall geil. Wolltest du wieder Sims spielen? Nee, Sims habe ich ja gekauft vor kurzem und noch installiert. Ja. Aber was hattest du denn geholt? Ich hatte mir irgendein Elex, das sagt euch bestimmt nichts, und das wurde mir als gekauft, aber nicht... Also ich habe es erworben, aber ich konnte es nicht runterladen. So, und dann habe ich da angerufen, aber die konnten mir letztendlich auch nicht helfen. Und dann mit dem Gespräch legt er auf. Echt? Einfach legt er einfach drei Sachen auf. Und ich konnte ihn natürlich nicht mehr erreichen. Naher habe ich nachher gedacht, ja, lass den Scheiß. Okay. Aber trotzdem irgendwie, ja, weiß ich nicht. Dafür habe ich auf jeden Fall Twitter genutzt, ja. Das ist so mit... Und natürlich, um die Posts von UX Gaming zu überblicken und natürlich zu unterstützen. Das ist ja wohl das Wichtigste, ne? Das ist das Wichtigste, genau. Oder Lukas, ne? Wenn wir schon Werbung machen, alles retweeten. Ja, das stimmt. Da gehen wir auch schon direkt ins... Flo Varion. Da gehen wir direkt ins nächste Thema ein, denn, ja. Luke, supportest du denn jetzt noch eigentlich UX Gaming? Denn du bist ja mittlerweile schon raus, ne? Also, wir haben jetzt zwar praktisch schon abgegrast, wie so dein Weg in UX Gaming war. Du bist denn ja vom... Du hast ja am Anfang das Public Team mitgeleitet, mit Chris. Dann hast du es mit Fabi praktisch geleitet. Und dann bist du praktisch als ganz normaler Membering... Oder bist du so downgegradet, sagen wir mal. Oder hast halt deine Position verlassen. Bist halt ganz normaler Content-Creator geworden, so Streamer-mäßig. Und dann bist du ja komplett raus. Aber wann war das ungefähr? Letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr im März. Im... 2018 also? Okay. Und bist du da denn direkt woanders hin? Oder war da noch eine Pause dazwischen? Ich habe mich... Ich habe erst mal so geguckt, was sich so ergibt. Und dann kam halt irgendwann dieser Aufschwung vom Prismatic. Und, ja. Dann habe ich den netten Herrn Lupfer angeschrieben. Und den gefragt, ob da irgendwas machbar ist. Und dann nach kurzen Gesprächen bin ich dann Team Prismatic gedjoint. Und als was? Eine gewisse Zeit als Social Media und Fotograf auf Events. Ach, okay. Social Media ist auch gemacht. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass du dich ja... Du hast ja wenig YouTube gemacht nachher. Also gar nicht mehr. Du hast ja mehr so Twitch wiederbelebt. Und dann nachher ja, wie unter anderem Fabio Swix, auch so mit fotografieren. Und dann weiß ich jetzt gar nicht, ob du schon lange dabei warst oder ob du neu eingefangen hast mit dem Ganzen. Du meinst, das kannst du vielleicht... Du meinst, das kannst du ja vielleicht... Ja, genau. Du hast dich ja so mehr aufs Fotografieren so spezialisiert. Und dadurch bist du ja auch in Prismatic dann, so wie du eben erzählt hast, auch gekommen. Ja, also jetzt, um auf das Fotografie-Thema zu kommen. Ich habe, glaube ich, vor drei Jahren, habe ich mit deiner Kamera gespielt, also mit Charlies Kamera, auf der Gamescom. Und da habe ich einige Bilder gemacht. Und das hat irgendwie so Bock gemacht, dass ich dann mir meine alte G7X, die auch der Charlie mal, ich glaube, auf der Gamescom benutzt hat, habe ich damit angefangen. Ah, mit dem wir auch die Vlogs gemacht haben? Mhm, genau, genau. Okay. Und damit habe ich dann Fotos gemacht und das hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, weil es halt einfach so ein kleines... Ich sah halt aus wie so ein Urlaubsfotograf, gell? Ja, ja, klar. So als habe ich irgendwie so von irgendwelchen Sachen einfach so Fotos gemacht. Das sah mir schon... Ja, mit so einer Canon kommst du dir halt Fotografiker vor, sag ich mal, als wenn du halt so eine... Das wirkt halt mehr so wie so eine Digi-Cam, wenn du halt so mit der Sony oder so einer Dings... Ja, und dann habe ich mir zum Geburtstag eine richtige Kamera gewünscht. Damals war das die 700D, kann das sein? Ja, das kann gut sein. Also eine höher als meine. Und damit habe ich dann gegrindet, würde ich sagen. Und hattest du dann noch das Standardobjektiv und alles? Und ich hatte das Standardobjektiv, was halt mit dabei ist, wenn man sich das so kauft. Und ich glaube, ich habe mir kurze Zeit später dieses 50mm 1.8 gekauft für 120. Oh, das geht aber, ne? Okay, ja. Und das ging übel fit, damit bin ich eine lange Zeit ausgekommen. Und ich habe damals ja auch einen Fotokurs gemacht. In Köln gibt es ja eine Fotoschule. Für die Leute, die es nicht wissen, im Mediapark ist das. Da habe ich so einen Basic-Kurs gemacht. Und der Nette hat mir dann alles erklärt, was Blende ist, Shutter Speed, ISO, wie eine Kamera aufgebaut ist, wie man ein bisschen Bilder bearbeitet und sowas. Und dann habe ich das genutzt. Und dann grindet. Also wirklich grindet. Ich habe viele Bilder gemacht mit vielen unterschiedlichen Leuten. Und dann hat sich das dann mit der Zeit so entwickelt, ne? Was für Bilder, kann man ja vielleicht noch dazu sagen, was für Bilder hast du so gemacht? Also erotische Bilder oder DPM-Kalender. Ja, ich habe erotische Bilder mit UX Charlie gemacht. Und später dann auch mit Chris und Floyd. Nein, schwarz. Ne, ich habe eher so Porträts gemacht. So Porträts, Lifestyle, Urban, so wie man das... Street! Street, genau. Du bist richtig in die Tekin-Richtung abgedriftet. Ja, Tekin kannte ich, glaube ich, zu der Zeit noch nicht. Vielleicht... Echt nicht? Also ich glaube, wir sind uns schon mal begegnet zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, richtig kannten wir uns nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, da haben wir schon über die Gamescom 2016 geredet. Da kam Tekin, nämlich... Da habe ich nämlich Tekin das erste Mal getroffen. Also, Tekin ist halt ein... Jemand, der war mal Designer bei Feppy. Und er hat sich auch bei mir so vorgestellt, 2016 bei der Gamescom. Also, er hat mir auf jeden Fall damals schon gefolgt. Und dann meinte er, war dann so richtig süß und schüchtern. Und dann kam er dann so an und meinte er dann so... Ja, hey, ich bin Feppy Tekin. Weißt du noch, wer ich bin? Und ich dann so, ja, klar, Tekin. Dann waren wir uns ganz nett unterhalten. Und ja, dann auf der nächsten Gamescom war er dann schon ein krasser Fotograf mit Urban Street Style. Und in diese Richtung gehst du ja irgendwie auch so, oder? Oder beziehungsweise hast du das auf jeden Fall schon ausprobiert, oder? Also, ich habe es auf jeden Fall gemacht, klar. Aber ich bin eher so in die Richtung Eventfotografie abgedriftet, würde ich sagen. So E-Sport-Events. So was macht Tekin ja aber auch. Ja, er macht es natürlich auch. Also, der ist ja Fotograf für... Für was nochmal? Für Stark ist er, ne? Stark E-Sports kennt vielleicht... Christian Krüger. Krüger. Stark E-Sports ist auf jeden Fall eine FIFA-Agency, die diese ganzen FIFA-E-Sportler managt. Oder einen großen Teil davon. Und die an irgendwelche Vereine weiterleitet. Also, ihr müsst wissen, also eigentlich haben die Vereine keine E-Sportler, sondern bezahlen dann praktisch Stark, damit sie die managen, oder nicht? Ja, genau so ist das. Also, es ist ja mehr so wie so... Ja, es ist halt eine Agentur, ne? Ja, die E-Sportler sind so die Marionetten-mäßig und Stark ist halt so hinter uns... Wisst ihr, wie ich meine, wie es so ausgeworden ist? Ich glaube, das ist so wie Zeitarbeit, ne? Wenn euch das was sagt, also... Ja, ist ja im Prinzip, du hast eine Zeitarbeitsfirma und die hat Angestellte und die schickst du dann zu irgendwelchen Firmen. Im Prinzip ist es ja so eigentlich. Genau, ja. Also, Stark bestimmt halt einfach, welches Trikot die tragen. Und fertig ist... Also, es ist natürlich sehr viel mehr dahinter, was so Branding und sowas alles angeht. Also, dass die wirklich auch integriert werden und so. Aber theoretisch ist es halt so, dass die Leute halt für Stark spielen und dann halt praktisch die jeweiligen Vereine repräsentieren. Man muss ja auch nicht aus der Stadt kommen oder in der Stadt wohnen, damit man für diese ganzen E-Sport-Vereine spielt, so mäßig. Ja, aber für die Leute macht halt Tekin auf jeden Fall dann jeweils Fotos. Hast du auch schon mal für Stark was gemacht oder bist du mehr immer so Freelancer unterwegs, jetzt abgesehen von Prismatic damals? Stark habe ich gar nichts gemacht. Ich habe da auch, glaube ich, nur ein, zwei Kontakte, also auch mit Tekin selbst. Die haben halt Tekin, warum brauchen sie mich da? Tekin ist ein super Fotograf. Ich werde dann halt nur überflüssig. Und was du auch noch bedenken musst, Tekin macht ja auch noch die Designs für die Leute da. Ich kann ja absolut nicht designen. Photoshop ist ja null mein Ding. Dafür aber bist du in der Lightroom-Gang. Ja, ich bin in der Lightroom-Gang. Und in der Sony-Gang. Gang-Gang. Achso, Sony-Gang. Ja, die Sony-Gang. Kennst du nicht die Sony-Gang? Nee, wer ist da alles drin? Tekin und ich. Achso, okay. Dann reicht das ja auch schon in einem coolen Club. Ja, wer will da nicht rein? Der selzige Spuckknopf nennt man ihn auch. Bei welchem Thema waren wir jetzt? Tekin und irgendwas? Irgendwas mit Fotografie. Ja, wir wollen über Tekin sprechen. Weil mir ist nämlich auch was draufgefallen. Eigentlich war die Frage, ob du auch was für Stark gemacht hast. Und dann hast du geantwortet, nee, weil die haben Tekin. Genau, ja, ich mache eher so normale Events, Freelance-mäßig. Falls ich da mal irgendwann gebucht werde und dann gehe ich da hin. Ja, irgendwie, also mal angenommen, ich brauche jetzt jemanden, der irgendwie Fotos macht, irgendwie, keine Ahnung, ich will mein Auto verkaufen oder was weiß ich. Und dann, wie würde ich dann zum Beispiel zu dir gelangen? Also, ich weiß das echt nicht, wie man dann zu euch kommt. Gibt es da irgendwelche Seiten oder so? Oder wie kommt man dann zu dir zum Beispiel? Also, es gibt Seiten, also es gibt halt richtige Agenturen-Seiten, du kannst dich da anmelden. Dann vermitteln die dich. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ah, okay. Weil es mich nicht juckt. Bei mir würde ich eher sagen, dass es so Mouth-to-Mouth so Kontakte geknüpft haben. Und dann, irgendwo hat er mich mal gehört und dann wird der Kontakt weitergeleitet an mich. Und dann kommt das dann so zustande. Ja, okay. Also, du warst auch schon auf der ESL One Cologne, ne? Dieses Jahr? Letztes Jahr war ich natürlich. Also, das war, wer noch nie dort war, sollte sich auf jeden Fall mal ein Ticket kaufen und sich die Zeit nehmen, dort hinzugehen. Das war, ich glaube, das beste, die beste Gaming-Erfahrung, die ich jemals hatte. Und ich kann es jedem nur empfehlen, mal da hinzugehen. Auch wenn ihr absolut kein Fan seid von Counter-Strike oder whatever. Aber allein diese Stimmung in dieser Arena, ist unbeschreiblich. Das ist schon richtig weird. Ich war ja auch schon mal auf der ESL One, aber halt von Dota in Hamburg. Das war in der Barclay-Karte-Arena. Also, das ist halt auch eine mega fette Halle. Also, ich glaube, eigentlich vergleichbar zu der in Köln. Wie ist die nochmal in Köln? Die Lanxess-Arena. Lanxess-Arena, ja. Also, ich glaube, die sind ungefähr gleich groß, würde ich jetzt sagen. Ja, obwohl ich halt gar keinen Plan von Dota hatte. Also, habe ich, glaube ich, schon mal auch in ihrem Podcast erzählt. Also, ich war halt da wegen meinem Film über E-Sports. Und da war ich dann halt und habe halt nichts von Dota gecheckt. Aber es war halt einfach so geil, wie die Leute da aufgestanden sind und geschrien haben und sich gefreut haben. Und die alle haben irgendwie eine unterschiedliche Sprache gesprochen. Da sind die Polen an uns vorbeigegangen, aber auch irgendwelche Briten. Also, wirklich Niederländer, alles. Also, die saßen da wirklich nebeneinander und haben das halt alle richtig abgefeiert. Und du hast halt so diese Fußballstadien-Atmosphäre. Ja, genau. Aber es ist halt Nerd-Stuff. Also, wenn du so normal sagst, Jo, ich interessiere mich für E-Sport, denken die meistens so, ja, okay. Aber diese ganze Halle ist einfach voll von Leuten, die das halt auch feiern. Wisst ihr, wie ich war da so einfach... Ja, wie gesagt, ich habe das ja selber miterlebt auf der ESL One Cologne. Und ich hatte ja einen Mediapass und ich durfte eigentlich überall hin. Ich durfte Backstage. Ich habe Spieler gesehen, ich habe einen All-Off-Meister gesehen, ich habe einen Kerrigan gesehen, ich habe sie alle gesehen. Ich habe auch Fotos mit den ganzen, wie heißen sie noch gleich, Astralis-Dudes. Da habe ich auch alle Safies mitgemacht, die hübschen Boys. Und ja, Mediapass, du kannst einfach überall hin, ganz nah an die Stage dran, an die Spieler dran, in die Pit Fotos machen. Und wie du schon gesagt hattest, die Fans sind anderes Level, würde ich sagen. Es gibt halt auch, tatsächlich gab es diese Fankurven, es gab eine dänische Fankurve, es gab eine russische Fankurve, eine deutsche und so weiter. Und es war einfach, einfach krass, krass. Ich halte mal ganz kurz auch hier mein Presse-Ding von der ESL One, aber halt den Dings, ne. Also ich hatte die Dings, die Zugang zu Lower- und Upper-Rank- und Floor-Seating, aber ich bin einfach überall reingekommen mit Presseausweis. Also du hattest Media, aber ich hatte Presse. Achso, ja, Media und Presse, es kommt auch gleich hinaus. Okay, okay. Aber meinst du halt Hamburg 2017? Kommt auf die Zahlen drauf an, wofür du zugelassen bist, vorne drauf. Aber bei mir sind Zahlen drauf, 1 bis 3 und dann gibt es halt noch bis 9. Und dann 9 ist dann wirklich Keller, wo die ganzen Geräte stehen und Kissen und so. Ja, okay, okay. Solche Sachen halt. Ja, also ich war halt auch im Mediaraum da, das Ding war, also ich hatte da, ich bin noch auf das Kamerathema zurückgekommen. Ich war da halt in diesem Mediaraum mit Antonia. Und ich halt mit meiner Canon EOS 600D gegen so einen Typen mit so einem... Also das müsst ihr euch vorstellen wie so einem... Ich bin mit so einer wirklich kleinen MP7, sag ich mal, ne? Und die Typen mit so einer fetten MK48 oder so von... Der NDR wirklich mit der fettesten Kamera, die ich jemals in meinem Leben gesehen hab. Und die stehen da so und da müssen fast zwei Typen diese Kamera halten, weil die so fett ist. Und ich sitze da mit diesem kleinen Canon mit dem Kit-Standard-Objektiv, was halt wirklich jeder Hobby-Fotograf hat. Ich kam mir wirklich richtig minderwertig vor, aber war da wirklich mega cool. Also die Leute, die halt auch bei der ESL arbeiten, sind alle mega cool da gewesen. Und das ging halt richtig easy da einfach... Also wenn du halt einen Presseausweis hast, du bist einfach ein besserer Mensch, muss man dazu auch sagen. Ja, das gibt dir zu 100 Prozent. Das ist wie Gamescom-Dings, Ausstelle-Ausweis-mäßig oder halt so... Wie heißen denn nochmal diese Ausweise? Heißen denn die auch Presse-Tickets einfach? Nee, Ausstelle-Aussteller war schon richtig. Oder Presse. Ja, aber auf jeden Fall, wenn du so ein Ding umhaltest, bist du auf jeden Fall krass. Also wirklich, du kommst überall durch, ohne überhaupt gefragt zu werden. Und das war einfach so geil. Ich bin einfach reingekommen und alle denken so, du bist halt krass. Aber da bist du einfach nur jemand, der sich für die Akkreditierung da angemeldet hat. Und kommst dann einfach überall rein. Diese ganze Halle ist voll mit Leuten, die sich mit Dota auskennen. Und du bist da in diesem Presseraum mit allen Spielern. Und alle würden jetzt bestimmt ausflippen, die da in dieser Halle sind. Wenn die neben diesen Typen stehen würden, neben diesen kleinen Koreanern oder was. Das alles sind. Ja, und ich sitze dann halt so in dem Presseraum mit diesen ganzen Spielern. Und habe halt wirklich null Plan, wer das überhaupt ist. Also das war wirklich ein richtig weirdes, aber auch richtig geiles Gefühl. Und das Ding ist halt auch, dass die ESL da halt auch eine richtig krasse Show draus gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du das Finale auch noch live gesehen da in der Arena? Ja, natürlich. Okay, ja und davor war nämlich beispielsweise jetzt bei Dota war halt so ein DJ, der halt so richtig geile Musik gespielt hat. Und die ganze Halle hat so geleuchtet. Also das war wirklich, for fuck's sake, das war wie so ein Konzert. Nur halt für Nerds. Ja, also ich finde diesen DJ absolut lächerlich. Der gehörte da absolut nicht hin. Echt? Echt? Doch, ich feiere das. Weil bei dem Final-Intro hatten die zuerst so ein Streicher-Konzert. Und das war perfekt. Das hat genau gepasst. Und dann kommt auf einmal dieser DJ mit seiner fetten Dubstep-Musik, die komplett, also mir hat sie null gefallen, obwohl ich eher auch sowas höre. Ja. Die war komplett schlecht und er geht da richtig ab vorne und alle so, wuuuuh. Okay, ja, okay. Wenn da vorher so richtige Streicher und sowas sind, die das halt so episch machen, dann ist es natürlich irgendwie weird, wenn danach so ein Dubstep-Typ gab. Aber in Hamburg hatten sie halt nur diesen Dubstep-Typ. Ich weiß auch nicht, ob das derselbe DJ war. Aber auf jeden Fall, also ich fand das mega nice, beziehungsweise richtig nice zur Atmosphäre. Aber ich traue ein bisschen rum um Flo, dadurch, dass er hier nicht mitreden kann. Flo, warst du eigentlich jemals auf einem Nerd-Event? Ey, ich hab grad die ganze Zeit überlegt, wenn du immer zu Nerds sagst, ich mein im Prinzip, wenn du im Fußballstadion bist, sind das auch alles Fußball-Nerds. Ja, aber das kannst du, das ist gesellschaftlicher akzeptierter Nerd-Stuff. Ja, aber von der Korrektheit her ist es eigentlich, ja, ein Nerd ist ja nicht gleich irgendwie ein Geek oder so. Weißt du, mit Nerd verbindet man immer so, sowas Schlechtes oder sowas Loser-mäßiges. Ja, genau, aber das ist ja genau das Problem-mäßig. Also ich mein, wenn man zum Fußballspiel geht, dann sind das zwar auch alles Nerds, aber wenn da Hooligans sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, sagt nicht, oh, diese verdammten Fußball-Gucker oder diese verdammten Wichser, die sich für Fußball interessieren. Aber wenn einer Amok läuft, dann ist es Counter-Strike schuld, beziehungsweise alle Leute, die Counter-Strike spielen. Ach so, ja gut, darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass dieser Begriff Nerd immer so ein bisschen negativ behaftet ist, finde ich eigentlich schade so, weil, ja, im Prinzip ist es... Ja, safe ist es schade, aber es ist halt so. Also ich mein, es gibt immer noch, ich mein, erst letztes Jahr war diese komische Fortnite-Reportage da von ATL 2, wo die sagen, ja, das ist hier digitaler Mord bei Fortnite. Ja, es ist ja auch, aber es ist ja... Es ist kein digitaler Mord, den man begeht, das ist einfach ein Spiel. Red Ring ist auch digitaler Mord, oder Game of Thrones ist auch digitaler Mord, aber es ist ja... Ja, aber das sagt keiner, davon gibt es ja keine Dings. Ja, deswegen, das Problem ist ja nicht dieser digitale Mord, es ist, ich sehe das immer so, ich sehe das immer so, bei Fortnite, es gab kein Problem, bis die Presse daraus ein Problem gemacht hat. So ist das immer. Und so ist das auch mit Counter-Strike und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung, aber es ist dennoch, ich weiß nicht, war das Jimmy Kimmel? Kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Und der hat immer so eine YouTube-Challenge irgendwie und ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war, diese Fortnite-Challenge, also diese Eltern-Fortnite-Challenge, da sollten die Eltern einfach mal den Fernseher ausmachen, während die Kids Fortnite gespielt haben. Und das war echt schön krass, muss ich sagen. Also, wie die Kinder da teilweise richtig ausgetickt sind und so wirklich geflucht haben, so die Achtjährigen so, haben what the fuck gesagt, weil ich finde das schon krass, so für den Achtjährigen so, ja, auf jeden Fall. Also ist das, ist what the fuck ein schlimmes, also ein Dings in Amerika? Ja, also ich würde schon sagen, dass das so, ja, stell dir mal vor, dein Achtjähriges Kind wird, was soll die Scheiße, weißt du, das sagt ja kein Achtjähriger. Ja, ja, okay, ja, was soll die Scheiße ist schon, ja, okay. Das ist schon eher für Call of Duty-Spieler. Ja, genau, genau. Und dann, weiß ich nicht, ich finde es schon krass, aber, ah, das sind auch, da sind aber auch immer ein Stück weit die Eltern irgendwo gefragt, ganz ehrlich so, keine Ahnung, also, äh, ich glaube nicht, dass so die Spiele oder so das Problem sind, aber wir driften auch schon wieder komplett ab. Aber ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass... Nee, ich finde das interessant mit der Fortnite-Challenge. Ja. Also dadurch, ja gut, es gibt aber auch Grundhass, glaube ich, gegen Fortnite. Also ich glaube, alle Leute, entweder man feiert Fortnite so richtig, oder man ist halt so, ja, komm, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Ja, ganz eindeutig. Ja, ich muss auch sagen, bei Fortnite ist es so, ich hätte, so prinzipiell hätte ich Lust auf das Spiel, aber ich habe keine Lust, meine komplette Lebenszeit darin zu investieren, gut zu werden. Ja, das denke ich auch. Weißt du, das macht jeder, der gut drin ist, der will einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist so, klar gibt es da einen Ninja oder einen, weiß ich was, einen Myth oder keine Ahnung, wer da krass drin ist, aber das sind dann halt die Ausnahmen, so, weißt du? Ich finde irgendwie, ich habe auch noch einen Job, so, und das geht einfach nicht. Und dann weiß ich nicht, ich bin da, ja, weiß ich nicht, es bringt letztendlich so wenig, weißt du, ich finde entweder, du hast da Spaß dran, so, dann sollst du dir echt den Arsch abgrinden, so, gar keine Frage, aber ob das denn so gut ist, weiß ich nicht. Ich finde so ein gesundes Mittelmaß, aber das kennen halt die wenigsten heutzutage. Es geht nur, so, das ist so wie mit dem Saufen, so, was viele irgendwie vor zehn Jahren hatten, so entweder ganz oder gar nicht und so ist es bei Fortnite auch. Fortnite ist der neue Alkohol, so würde ich sagen. Also die jungen Leute kennen nur, die jungen Leute sind süchtig danach. Ja, die Leute kennen nur bis zum Kotzen oder gar nicht. Oder zum Kotzen. Ja, oder zum Kotzen, ja genau, dazu gehöre ich wahrscheinlich, ja. Ja, okay, also bist du bei beiden, also bei Alkohol und Fortnite, findest du beides zum Kotzen? Finde ich bei, also Alkohol mittlerweile finde ich es zum Kotzen, ja. Und Fortnite fand ich schon immer nicht so krass. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon so zu den Anfangszeiten, hat man schon gesehen, okay, daraus könnte was werden, weil man immer wieder gesehen hat auf Twitter damals, okay, die Leute spielen das, da hat man schon so einen gewissen Grundhype daraus entstehen sehen. Aber dass es halt so krass wird, hätte man nicht gedacht. Das ist halt im Prinzip das neue Minecraft, ne. Früher war es Minecraft, was halt jedes Kitty gespielt hat. Jedes Kitty hatte einen Minecraft-Rucksack, so. Und ich war jetzt übrigens, die Woche war ich an der Gesamtschule arbeiten. Ja. Als Lehrer? Als Lehrkraft? Ja, als Vertretungslehrer, genau. Für Fortnite. Wir haben da ein paar Türen und so getauscht. Und ich finde es schon echt krass. Ich habe da den Kids mal zugehört und ich habe echt ein bisschen Angst um unsere Rente bekommen. Ja. Es ist halt echt, ja, ich weiß nicht, also die einzige Konversation, die ich hatte mit einem Schüler war, weil wir haben halt die Türen rausgerissen, also die Außentüren, das war halt schweinekalt, das war minus 8 Grad. Und jemand kam zu mir an und hat gefragt, wann ist das fertig? Ich sage, ja, heute wahrscheinlich. Maschallah, ein Glück. Das war die einzige Konversation, die ich da hatte. Und alleine vom Lauschen hat man dann irgendwie mitbekommen, wie die Kids dann so mit untereinander gesprochen haben. So einfach Dinge wie, boah, da hast du voll die Bombe gegeben. Sonne, Sachen, hast du da wirklich den ganzen Tag gehört. Und ich habe mir gesagt, so Leute, Leute, könnt ihr nicht einfach Sand fressen und den Mädels irgendwie in die Fresse haben, so wie wir das damals gemacht haben? Okay. Gewalt ist jetzt natürlich auch nichts, was wir hier unterstützen würden. Nein, natürlich nicht. Oder die Mädchen ärgern, ihr wisst ja, wie ich das meine. Auf jeden Fall fand ich es krass, wie auch die Handys und so weiter. Also du siehst ja wirklich die 8-Jährigen da wirklich schon mit Smartphone so durchgängig irgendwie rumlaufen. Finde ich krass. Vorneiter auf dem Handy, ne? Vorneiter auf dem Handy, genau. Finde ich krass. Ne, das ist schon ein gewisser Zeitwandel, den man da jetzt so sieht. Innerhalb von 10 Jahren oder was. Ich bin jetzt, glaube ich, 10 Jahre oder 9 Jahre aus der Schule raus. Beziehungsweise 6 Jahre, 7 Jahre. Damals halt Berufsschule noch mit einbezogen. Aber so finde ich krass irgendwie, wie sich das alles entwickelt hat. Also ja, weiß ich nicht. Das sagt man immer so. Damals haben unsere Eltern wahrscheinlich auch über uns so gesprochen. Aber ich finde es dennoch mit den Smartphones und so, finde ich krass. Weil, ja, du hast halt Zugang zu allem so, ne? Du hast Zugang zu den Insta-Stories von irgendwelchen Rapern, die sich da irgendwie den Purple-Shit reinziehen und alle Kinder finden das geil so. Die klauen sich den Hustensaft aus dem Medizinschrank so und feiern das ab. Das ist alles. Ja, aber das Ding, ich glaube, man unterschätzt dann Jugendliche, glaube ich, aber auch schon. Also ich meine, ich habe in der Grundschule auch Sido, ich und meine Maske gehört. Aber ich habe jetzt nicht. Ja, klar. Also ich habe zwar schon gedacht, okay, das ist cool, was der macht. Aber ich habe halt nie gedacht, das will ich auch machen. Ich habe eher so gedacht, ich hoffe, dass viele Leute kommen in den Knast. Also ich war da schon eher abgeschreckt. Ja. Also ich meine jetzt auch nicht, ja, schon. Aber es ist ein gewisser, ein gewisser Unterschied und den können ja auch Kinder feststellen. Wenn zum Beispiel ein Musikvideo gedreht wird, dann nehmen das Kinder ja auch wahr als eine Art Film, also als eine Art Medium natürlich. Oder es ist ein Unterschied, ob wenn, ja, Bones oder so irgendwie in Amerika ist und in irgendwelchen Stripclubs ist und irgendwie den leicht bekleideten Frauen da irgendwie seine 100-Dollar-Scheine in der Arschkimmel steckt, so. Weißt du, das ist dann irgendwie ein Unterschied, so. Weißt du, das ist so, ich finde so, man muss irgendwie auch unterscheiden zwischen Kunst, so sehe ich Musik halt auch an, oder eben der Realität. Ist eines nach sieben Kunst? Ist eines nach sieben Kunst oder eher Realität? Ich finde, Musik allgemein ist Kunst, ja. Also ich fühle mich nicht in der Position irgendwie zu urteilen, was keine Kunst ist. Also ich würde sagen, alles, was kreativ ist in irgendeiner Art und Weise, ist Kunst. Würde ich so definieren. Ist Fotografie Kunst? Weiß ich nicht. Nee, Fotografie nicht. Oh, schade. Nee, das hat ja nichts mit Kreativität zu tun. Das ist ja einfach nur auslösen. Einfach auch ein Auslöser drücken ist ja, kann ja jeder. Und dann irgendwie Preset in Lightroom draufklatschen, ne? Lässt dir einfach ein bisschen drunter, fertig ist der Hase. Ab geht's auf Instagram. Oder bearbeitet es erst gar nicht, weil das ist natürlich cleaner. True shots, würde ich das jetzt einfach nennen. Aber natürlich, du hast insofern schon recht, dass das auf jeden Fall Kunst ist. Aber es ist halt die Frage, ob Jugendliche das halt auch auf 100%ig als Kunst wahrnehmen oder ob die dahinter blicken, ob jetzt die Snapchat-Story von Bones, wo irgendwelche Frauen in Amerika 100 Dollar in den Schlüpper steckt, ob das jetzt anders ist als das Musikvideo. Ja, vor wie im Club war es halt auch so, ne? Ja, das stimmt auch. Oder den, das kann man gar nicht sagen, den bekannten Sido-Song von damals, wo er eigentlich so richtig krass berühmt geworden ist mit dem Verboten, ich kann jetzt glaube ich den Titel nicht sagen, ihr wisst aber welchen Song. Meinst du den Fick-Song? Ja, ja, genau, genau den. Das hat man auch irgendwie mitbekommen, weißt du? Irgendwie kriegst du es halt trotzdem mit. Es ist, ja gut, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist man an den Shit damals auch gekommen, ohne Handy, ne? Irgendwie ist man daran gekommen. Ja, man ist in den Ladikern und hat sich die Platte gekauft. Ja, genau, genau. Ja gut, ich habe da jetzt keine Platten gekauft. Ja, CDs, Kassetten. Ja, nein, 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 ich meine, CDs habe ich auch nicht gekauft. Also ich und meine Maske durfte ich auf jeden Fall nicht von meiner Mutter kaufen. Ich glaube, die hat die Mutter von einem Kollegen von mir für mich gebrannt. Also die hatten das, glaube ich, eh überall noch nicht gesagt, ja komm Max, wenn du das eh feierst, dann nimm mit. Und dann habe ich das von meiner Mutter gezeigt, beziehungsweise die Mutter hat natürlich auch mit meiner Mutter darüber auch vorher gesprochen und so. Meine Mutter meinte so, ja, wenn mein kleiner Bruder nicht da ist, dann darf ich die hören. Das hat deine Mutter gesagt? Ja, also beziehungsweise hat er gesagt, dass es Schwachsinn und das ist halt keine gute Musik. Aber sie hat gesagt, okay, ich vertraue dir insofern, dass du da checkst, dass ich dich insofern gut entzogen habe, dass du da checkst, dass das Schwachsinn ist, beziehungsweise dass es halt nichts ethisch korrekt ist oder dass es halt der Realität entspricht, wie man sich als Erwachsener mit sexuell verhalten sollte. Nein, du wirst schon nicht weiter. Ja, ja. Ich glaube, da wächst auch unsere Generation anders mit auf. Also, wenn ich jetzt irgendwie mal in ein paar Jahren vielleicht mal Kinder haben sollte und die hören dann irgendwann mal Rapmusik, wenn das irgendwann später nochmal irgendwie eine Sache ist, dann würde ich, glaube ich, da anders rangehen. So, dann würde ich mir das, glaube ich, schon reinziehen und erst mal gucken, okay, das ist vielleicht was für dich oder das ist nichts für dich. Oder ich würde dann auch gucken, ob mein Kind irgendwie wirklich eine Gucci Cap braucht oder was, ich weiß nicht, ich würde mit für einen Scheiß die rumrennen heutzutage. Weißt du, das ist ja alles so. Ja, diese Capital Bra Gucci Cap, die fuckt mich richtig ab, weil die sieht richtig scheiße aus. Also generell, diese meisten Dead Caps oder beziehungsweise so diese, na, na, sind jetzt nicht zwingend Dead Caps, also es gibt coole Dead Caps, unter anderem vielleicht ja auch bald im neuen UX Gaming Shop. Ja, ich mag Dead Hats, nichts gegen Dead Hats. Ja, aber es gibt halt bei manchen, also manche Modelle davon sehen echt richtig scheiße aus, also die sehen einfach, die Leute setzen die auf und die sehen retarded aus. Ist ja im Prinzip auch der Sinn, weil so ein, eigentlich sollen die also aussehen. Ja, im Prinzip, weil ein Dead mit einer Cap sieht ja immer doof aus, irgendwie. Das soll natürlich sein. Ja, wenn ein Dead Hats und ein Baseball Cap, ne. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch wieder einen Unterschied. Also Baseball Caps sind wirklich stabil. Baseball Cap ist ja irgendwie auch eine Base, ist das nicht eine Base Cap? Also so nennen wir das doch. Ja, so ein Sweatback ist ja auch eine Baseball Cap im Prinzip. Ja, eigentlich sind alles Cappies von, außer jetzt hier vielleicht diese, diese, diese Tennis Cappies. Kennt ihr die, wo einfach so. Die Haare rausgucken, aber das ist trotzdem schön. Genau, genau, wo nur dieser Schirm dran ist. Wenn die wieder in werden, ich werde diese rocken. Die fand ich immer richtig geil früher. Die hatten aber, die sind ja auch Rap-mäßig geprägt so ein bisschen, ne. Also ich kenne nur eine Person, die die filmt. Ich glaube, Eminem hat sowas gerockt. Ja, okay. Aber das ist auch schon 15 Jahre her. Mindestens. Ja, das letzte gute Eminem-Album, ja. Hey, nee. Den hast du Kamikaze nicht gehört. Doch, ich habe Kamikaze gehört. Was, das fandest du schlecht? Ich fand's jetzt nicht, da war jetzt, also gut, ein paar Songs waren, okay. Songs waren gut, aber nicht alle. Nicht so gut wie damals. Da war ja auch so ein Grund-Hate gegen, genauso wie bei Fortnite. Nein, 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 warte mal. Ich glaube, dafür wechselst du die Alben gerade. Er hat ja zwei Alben gedroppt. Wie zwei? Er hat zwei Alben gedroppt. Er hat einmal das Mainstream-Album gedroppt mit Ed Sheeran und Beyoncé und so. Und dann kam aber nochmal eins. Und das hat er über Nacht einfach so rausgehauen. Das gönn dir mal. Also, und danach sag mir nochmal, dass du das schlecht findest. Kamikaze habe ich gehört. Auf jeden Fall. Das ist das mit diesem Flugzeug. Ja. Und das fandest du schlecht? Ja, ich fand's jetzt nicht schlecht, aber ich fand's jetzt nicht Eminem-Style gut. Okay. Ja, okay. Also ich fand's geil, aber gut. Dann hast du, hab ich halt eine andere Meinung und du halt eine Scheiß-Meinung. Komm schon. Geh Fortnite spielen. Nee. Nee, aber... Ich fand's wirklich nicht gut. Also ich hab halt... Ich weiß nicht, welchen Song ich gut fand. Aber ich glaube, ich hab das Album auch ehrlich gesagt gespeichert. Aber ich guck mal kurz nach, solange kannst du nochmal drüber reden. Lukas, hast du das Album auch gehört? Ich hab's mir einmal durchgehört, aber ich bin jetzt nicht so der größte Hip-Hop-Amerika-Dauergedödel. Echt? Was hörst du denn? Du hörst eher 187, oder? Nee, ich hör... 187 hör mir auf, ist noch schlimmer. Nee, ich bin ja so Elektro, EDM, Dubstep, Drum, Bass. Skrillex. Nein, Skrillex ist es auch nicht. Nicht mehr, oder früher hast du es ja auch von gehört? Gar nicht. Gar nicht? Ja, so Deadmau5, Eric Pritz, solche Sachen. Okay. Ist nicht Eric Pritz auch Call on Me? Ja. Ja, ne? Call on Me! Oh, da kenn ich das Video noch mit dem Walden, ey, das ist das doch, ne? Das ist das auch noch. Was? Piano. Keine Ahnung. Mach mal vor, sing mal. Ja, es hat keinen Text. Achso, okay. Aber wenn du es gleich mal eingehen solltest, dann wirst du es auf jeden Fall erkennen. Wie heißt das? Piano, ne? Muss ich gleich mal gucken. Also, Nice Guy ist ein okayer Song. Der Rest. Aber auch nur, weil der so ein bisschen, ja, gut, weiß jetzt auch nicht, warum ich den so gut finde, aber den finde ich auf jeden Fall nice. Aber das letzte gute Eminem Album war übrigens, das muss ich auch kurz nachgucken, Recovery. Recovery, jeder Song, nice. Welche Songs waren alles drauf? Aber danach, also, auf Recovery waren Cold Wind Blows, Talking to Myself, On Fire Won't Cause I Won't Back Down, mit Pink. Ja. WTP, Going Through Changes, Not Afraid, I'm Not Afraid, Seduction, Saloon, No Love. Ja, war das nicht irgendwie nach seiner, das war doch nachdem er quasi wieder clean war, ne? Das war quasi. Ja, Recovery. Man muss aber auch dazu sagen, ich schätze mal, das ist echt jeder Song geil. Da stimmst du mir auch zu. Im Prinzip gibt es, bis auf das eine Album, was wir jetzt mal nicht vor Kamikaze, das Album, da sprechen wir nicht drüber, gibt es kein schlechtes Album von ihm. Also, das ist schon, das ist so, als wenn du sagen würdest, irgendwie, ja, die Game of Thrones-Folge fand ich scheiße. Also, im Prinzip ist es halt den Umständen entsprechend nicht so gut, aber schlecht weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ah, ich glaube, du meinst Revival, das Album. Das ist mit River, mit Ed Sheeran. Ja, genau. Lisa Keys, Alter. Ja, gut, da brauchen wir nicht drüber sprechen, also das war scheiße. Aber auch wieder Pink, aber ich glaube, da war auch echt kein geiler Song mit dabei. Also, Recovery, für mich das letzte gute Marshall Matters Eminem Album. Ich fand's trotzdem, um ihn nochmal ins Schutz zu nehmen, krass, dass er einfach nach dem ganzen Hate von Revival einfach nochmal ein Album so komplett im alten Style, Slim Shady Style, nochmal so über Nacht einfach rauskam. Das fand ich krass irgendwie. Also, finde ich, ja. Wenn das nicht geplant war, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, fand ich das echt einen krassen Move so. Kamen die Beats dann nicht auch wieder von Dre bei Kamikaze? Boah, kann sein, ja, kann sein. Ich meine, ich hätte irgendwann sowas auf Twitter gelesen, dass die Beats da auch von Dre waren. Vielleicht deswegen so ein bisschen Oldschool-Feeling. Ja. Ja, aber Eminem, Eminem ist, also Cool Savage ist der deutsche Eminem, würde ich sagen. Also, da waren früher immer richtig nice Sachen mit dabei, beziehungsweise da war immer so die perfekte Diskographie, sag ich mal. Ja. Aber jetzt so, jetzt nimmt's auf jeden Fall ab. Also, cool Savage, der macht mittlerweile hier Weltverschwörungstheorien und so. Also, der ist Pepper geworden. Ja, aber ich fand jetzt, also, ich fand jetzt das Royal Bunker mit Sido, hab ich jetzt nicht so krass gehört, aber Märtyrer war ja, glaube ich, sein letztes Album, sein letztes Solo-Album. Fand ich gut. Also, das fand ich ein Top-Album. Nee, fand ich auch nicht geil. Nee. Nee. Okay. Auch nicht mit Sido. Sido, aber auch mega-wag, find ich geworden. Also, Sido. Hey, jetzt, du, hör mal auf, Fieber. Nee, nee. Mega gut. Der muss sich halt benehmen. Ja. Was willst du denn sagen? Also, wie kann man denn vom, hm, Fick-Song zu in einem schwarzen Foto-Album mit dem silbernen Knopf, wobei ich diese Bilder am Kopf. Ja, aber, ja, aber er hat das ja so oft schon in seinen Interviews gesagt, dass er ja nie irgendwie Untergrund sein wollte. Also, er hat ja immer schon das angestellt. Also, ich hab mir mega viele Talkshows mit ihm reingezogen. Also, kann ich wirklich nur empfehlen. Besser als Flair-Interview. Ja, das sagt ja schon alles. Ein Rapper, der in Talkshows sitzt. Ja, aber ich find, guck dir mal, also, er ist da trotzdem noch voll Sido. Also, er ist da trotzdem noch voll, ist mir im Prinzip scheißegal, was ihr von mir haltet oder wie er diesen Krone, äh, diesen Krone-Schreiber da. Ja, ja. Es find ich, ich find, das Sido ist. Das Image muss er eh aufmerhalten, würde ich sagen. Unhatbar, find ich. Unhatbar. Ja, find ich schon. Nee, also, ich find Sidos hatebar. Nee, also, seit in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf war ich mir diese Bilder im Kopf. Also, wenn du dir vorher schlechtes Vorbild, das Musikvideo anguckst, wo er irgendwie die Viva-Moderatorin ableckt, einfach so aus dem Nichts. Und danach guckst du in einem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf, mit Bildern im Kopf. Und danach wahrscheinlich noch, äh, wohl, den Song mit Adel Tabil, den ersten fand ich gut. Aber, aber ich glaub, danach, nee, Sido auch für mich, auch Eminem. Auch Eminem. Ähm, aber ich finde so, weiß ich nicht, also, ich, ich hab heute einen guten Spruch gelesen irgendwie, äh, was nicht wächst, das stimmt. Also, im Prinzip, äh, willst du ja, dass er dann irgendwie mit 40 noch dann, hm, Fick-Song macht? Nein, natürlich nicht, nein. Weißt du? Natürlich nicht. Also, das ist natürlich klar, dass der älter wird und so und sich dann auch mal wirklich ums Kind sorgt und so. Also, das ist ja auch das Bushido-Ding, aber Bushido, finde ich, macht das noch gut. Okay, Bushido ist ja 100% hatebar, also. Ach, ja, Bushido jetzt schon eher. Ja, Bushido schon. Ja, der geht zur Polizei, hallo? Der will hier Zeugenschutz und sowas. Ist das jetzt eine Aktenbeleidigung? Nee, also. Äh, ja, weiß ich nicht. Aber seid ihr da voll drin, so in diesem Thema mit Capital, Bra und Bushido? Nee? Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ziemlich komisch ist, dass, äh, eine Hausdurchsuchung bei Montana Black war, nachdem er mit Bushido zusammen gestreamt hat, ja? Ja, das hab ich auch, äh, in der WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kollegen von mir geschrieben, dass das dann auch Sinn macht, jetzt diese Hausdurchsuchung, ne? Bushido 31er hat sogar Montana Black verraten. Krass. Seinen besten Streaming-Kollegen. Ja, wenn es so ist, also, weißt du's? Und wisst ihr was, Montana Black war auf seinem Geburtstag? Mit Jogginghose. In Jogginghose. Mit Jogginghose. Mit Jogginghose. Trotz Dresscode, ja, ja. Aber natürlich no hate an die Jogginghosen, also ich hoffe mal, ihr tragt jetzt auch alle gerade Jogginghose. Ja, alle mal das Beilhelfen. Jogginghose. Ja. Ja, genau. Aber, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber, ne? Ist sehr krass auf jeden Fall, ja. Doch, finde ich auch. Meinst du, das hat was mit den Illuminaten zu tun, Charlie? Hm? Äh, das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Polizei zu tun oder mit irgendwelchen, äh, vielleicht ja auch, äh, Clans. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Montana Black irgendwas mit Arafat zu tun hat, also das, glaub ich, eher weniger. Aber, aber vielleicht gibt es ja doch da eine Korrelation, sag mal. Vielleicht hat er ja gar nicht in der Spiegel gewonnen. Ah, ja, ja. Jetzt verstehst du nicht, ne? Hier, Arafat, Arafat, Arafat hier. Was hat er nochmal für eine Zucht, irgendeine, Arafat hat irgendeine Vogelzucht in Brandenburg. Ja, 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 ja. Und damit hat er irgendwie das, also das habe ich, also ich höre ja immer, äh, Shazabi, also Schacht und Wasabi sind ein deutscher Podcast. Und da hatten sie erzählt, dass, äh, Bushido hat ja immer diesen Film gemacht, äh, Zeiten ändert dich. Ja, hab ich nie gesehen. Hast du den gesehen? Ist der gut? Ja, ich hab den gesehen. Na, der ist, der ist okay, sag ich mal. Aber Arafat, also da wird ja auch erzählt, warum, also, warum, wie Bushido ja aus Dings rausgekommen ist, aus Agro Berlin, durch Arafat. Und Arafat wird da von Moritz Bleibtoil gespielt. Stimmt. Also er spielt sich als einziges nicht selbst. Stimmt. Also ansonsten, ich glaube, sonst haben sich, glaube ich, alle oder die meisten halt selbst gespielt. Nee, Bushido und Jung hat auch hier Dings gespielt, ne? Ja, ja, das hat auf jeden Fall nicht Bushido selbst gespielt, aber, aber, ähm, ansonsten halt, glaube ich, die anderen Charaktere, die wurden, glaube ich, auf jeden Fall ähnlich besetzt, sag ich mal. Also auch so, wie sie halt auch aussehen, ne? Aber Moritz Bleibtoil sieht jetzt anders aus als Arafat Abou-Chaka, ne? Und irgendwie das Geld. Also die Produktionsfirma, oh, das war jetzt hier, äh, der Ossi-Talk. Ähm, auf jeden Fall, ähm, hat, äh, Arafat irgendwie, oder hat Bushido, glaube ich, gesagt, dass Arafat 100.000 Euro oder sowas dafür bekommen hat, dafür, dass er nicht in dem Dings gezeigt wird, beziehungsweise, dass er halt durch diesen Moritz Bleibtoil oder beziehungsweise durch den Schauspieler verkörpert wird. Also, dass die nicht wollten, dass Arafat da mitspielt, glaube ich. Und dafür hat er halt Geld bekommen, schwarz, glaube ich, an diese komische Firma, die er hat. Also, beziehungsweise, da wurden auf einmal von, von der Filmproduktion, ich weiß nicht, ob das Universalist oder so, äh, auf jeden Fall, die haben 100.000 Euro oder wie auch immer die Summe war, an diesen komischen Verein da gespendet. Also, so heißt es. Ja. Äh, und das, das ist eben der Verein von Arafat für irgendwelche... Gespendet. Zwinker, zwinker. Ja, also, so, irgendwie, irgendwelche, die, irgendwelche Vögel oder irgendeine Farm ist das. Und diese Vögel haben, ähm, das ist halt praktisch auch eine Wertanlage, also, es sind halt seltene Vögel mäßig. Und da irgendwie, in diesem Vogelverein-Ding, da ist irgendwie, irgendwie eine Art oder so, davon ist, sag ich mal, 10% aller Vögel dieser Art sind nur in diesem komischen Verein da oder irgendwie sowas. Ja, ja. Also, das ist schon auf jeden Fall eine eigenartige Sache. Bevor wir uns jetzt hier verquatschen, Leute, wir haben nichts gegen Arafat, wir haben nichts gegen Bushido und auch nichts gegen Kapital. Brrrrraa! Und das ist auch eine komische Mütze, die hässlich ist. Ja. Nee, also, ähm, ja, ich wollte noch hinzufügen, dass ich irgendwie gelesen habe, dass Monte auch irgendwie, äh, dass die von Monte irgendwie 90.000 Euro gefendet haben, habe ich jetzt gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber, ähm, das ist auch nur so Halbwissen, mit dem ich jetzt hier umherst schon, Leute, aber, ja, ich weiß nicht, also, wenn was gefendet wird, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das heißt schon was, glaube ich. Ne? Ja, 90.000 Euro gefendet, das heißt schon was. Das heißt schon was, ja. Das ist nicht gerade wenig für einen Normalverdiener. Vor allem, der muss das ja dann auch in Bar gehabt haben. Wisst ihr? Ja, nee, hat er nicht auch gesagt, dass er, ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, dass Montana Black kein Konto hat oder so, oder beziehungsweise kein Konto, aber ich habe schon öfters bei ihm gesehen, also in der Insta-Story oder so, dass er mit einem dicken Batzen Geld zu Hause rumliegt. Das stimmt. Ich glaube, den hat er, also ich glaube, der zieht sich regelmäßig Bargeld und verscharrt das bei sich zu Hause. Ja, genau, genau, weil er halt, glaube ich, kein Vertrauen in die Banken hat oder so, auch so ein coolster Arschverschwörungstheoretiker-Dick vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, Montana Black hat, also beziehungsweise nutzt das Konto halt nicht, wie ein normaler Bürger das nutzen würde, wobei Montana Black ist ja auch kein normaler Bürger, ne, das ist schon ein Messias, sag ich mal. Also der Twitch-Messias. Heilig. Ja, aber auf jeden Fall, wir sind alle froh, dass er entband ist, Grüße an Monte, Grüße an Monty, ne? Ja. Ja. Doch, also ich habe nichts gegen ihn, also, ne. Ich habe auch nichts gegen Montana Black. Du, Lukas? Rein gar nichts. Rein gar nichts. Wir haben eigentlich gegen niemanden was, ne? Ne, wir sind alle verschwunden, oder? Ne, wir sind alle verschwunden, oder? Ne, wir sind alle verschwunden, oder? Außer gegen hässlige Dead Caps, aber wirklich nur die hässlichen. Ja, stimmt. Die von Gucci. Ja, gut, also ich habe schon was gegen Leute, also, nicht generell, also, aber... Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, also, man sagt auch so ganz gerne so, ich hasse das, oder ich hasse den. Hass ist immer ein krasses Wort, finde ich. Hass ist ein kräftiges Wort. Also, ich glaube, ich hasse nichts. Also, wenn man mal tief überlegt, ich hasse nichts. Ja, doch, ich hasse schon Sachen. Ja? Was hasst du denn? Ich hasse, ich hasse, ich hasse Rassismus. Okay. Okay, gut. Ja, doch. Also, insofern kann man schon Sachen hassen, glaube ich. Ja, da gehe ich mit. Ja, das stimmt. Ja. Ja, doch. Und Dead Caps, wenn die hässlich sind. Fuck's sake. Zieht ihr euch aus, Leute. Das verbrennt die Scheiße. Aber wirklich nur, wenn sie hässlich sind, beziehungsweise nicht von xus.de slash ux-gaming kommen. Die noch nicht mal draußen sind, aber du spoilest das einfach gut. Ähm, so. Ja, Leute, das ist jetzt exklusiv für den Podcast. Aber gut, bevor wir noch mehr, äh, Clan-Chefs und, äh, Leute, die Dead Caps tragen, äh, waren fast so ungefähr die Hälfte unserer Zuschauer sind. Ähm, ja, verärgern, äh, würde ich sagen, äh, runden wir den Podcast jetzt mal ab. Ähm, ja. Würde ich jetzt einfach sagen. Oder habt ihr noch irgendwelche Sachen, worüber ihr jetzt dringend sprechen wollt? Nee. Vielleicht, vielleicht PM? Da ist jetzt ja vielleicht ein Comeback geplant. Weißt du da mehr, Lukas? Ich weiß gar nichts. Ich hab nur die Twitter-Spoiler dieses eine Video gesehen. Ja, da war ja ein Teaser, ne? Übrigens, äh, jemand hat auch hier in die YouTube-Kommentare geschrieben, einer unserer fleißigen Hörer, äh, Grüße an Lysotoja. Ähm, der, 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 der hat gesagt, dass er Prismatic gar nicht kennt. Der meinte, das klingt wie so ein, das klingt wie 0815, äh, Dings, Ruin-Klan-mäßig. Also ich muss sagen, Prismatic, äh, den Namen finde ich jetzt auch nicht so toll. Das Logo finde ich jetzt auch nicht so toll. Was heißt denn überhaupt? Einfach, einfach prismatisch? Aber damals war, was heißt damals, vor, vor einem halben Jahr war das schon ordentlich was. Also Prismatic ist eher so ein E-Sports-Orga. Die haben damals, äh, ein Team gehabt. Und die haben regelmäßig die, das COD-Team auf die NA-Events geschickt. Und die haben da auch, würde ich sagen, für ein deutsches Team mehr oder weniger erfolgreich gespielt. Und, ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das reicht, oder? Ist das Team rund um Cookie? Ich glaube, man muss nicht sagen, als, äh, das ist das Team rund um Cookie. Also die einzigen, die immer eine Chance haben. Das stimmt. Gebe ich dir recht. Also da, wo Cookie ist, ist immer ein gutes Team, ne? Also du weißt ja auch nicht, also das jetzt, ja, also wir hatten ja schon mal einen Podcast darüber gequatscht, was da jetzt irgendwie los sein könnte, dadurch, dass da irgendwie das, die Website deaktiviert war, äh, der Chef, also Dominik hatte sein Twitter deaktiviert, aber das scheint jetzt alles wieder so ein bisschen, auf jeden Fall wurde auf jeden Fall ein Teaser gepostet, wo so einfach das Logo von Prismatic zu sehen ist. Fand ich sehr innovativ, muss ich sagen. Also ich hab das auch noch nicht gesehen, sowas. Nee, ich auch noch nicht. Also ich hab's auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber, aber, das war, das war auf jeden Fall episch. Wir sind gespannt, vielleicht in der nächsten Folge sprechen wir vielleicht ja schon darüber, aber Prismatic, welche, äh, Spieler sie jetzt, äh, auf die LAN schicken und wie die Community wieder zu Prismatic hält, ja? Das war nämlich auch ganz interessant, äh, zu, äh, mit zu, äh, anzusehen, sag ich mal. Vielleicht gibt's ja ein zeitgleiches Comeback von Prismatic und Bushido, wer weiß. Ja, und dann, und dann vielleicht noch eine Hausdurchsuchung mit 90.000 Euro Pfändung bei Lupfer. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich, man, ich, für ihn, also ganz ehrlich, Ja, das hoffe ich, für ihn, aber, äh, ja. Aber, aber Bushido, und wenn dann Eminem, Eminem noch wieder ein gutes Album rausbringt, ich glaub, dann, dann geht die Welt runter. Leute, wer bis hier gehört hat, ja, wie fandet ihr Kamikaze? Schreibt, schreibt einfach jetzt ein bisschen, wenn ihr bis jetzt gehört habt, Kamikaze gut, ja, oder Kamikaze gut, äh, nein. Wer es nicht kennt, hört es nicht an. Und gibt dann, kommt auf dieses Video zurück, gibt, scrollt bis hierhin, refresh, gibt ein Like und dann kommentiert ihr, okay? Genau. Ja, das würde mich auch noch freuen. Ja, gut. Was macht ihr noch dieses Wochenende, Jungs? Till. Also, ich werde meinen, äh, Umzug, äh, planen, den ich nächste Woche anfangen werde. Sprich, ich muss, äh, Internet anmelden, Strom abmelden und so weiter und so fort. Schon mal Sachen einpacken und, ja, Videos vorbereiten und da freue ich mich drauf. Juhu. Okay, wie viele Videos hast du denn geplant? Äh, ich habe jetzt zwei aufgeschrieben und werde wahrscheinlich morgen noch eins aufschreiben und eventuell drei aufnehmen und eins schneiden. Und den Podcast schneiden natürlich. Okay, das waren jetzt ein paar zu viele Zahlen, aber drei habe ich auf jeden Fall irgendwas gehört. Ja, drei auf jeden Fall und den Podcast. Okay, nicht schlecht. Ja. Also, falls ihr diesen Podcast hört, könnt ihr euch, äh, vorstellen, dass Flo das alles schon fertig hat, ja? Yes. Äh, ja, und Lukas, du machst gar nichts? Äh, doch, ich habe ein Shooting am Sonntag. Und den Rest werde ich verbringen mit meinem besten Freund Netflix. Ah, okay. Hi, was schaust du gerade? Äh, ich habe heute Titans zu Ende geguckt. Sagt euch das was? Teen Titans? Ja, äh, ist das Teen Titans, ne? Ja, es gibt jetzt von DC eine neue Verfilmung mit, also ich fand's, dafür, dass ich einen Cast gesehen habe, am Anfang dachte ich so, hör mir auf, du, hör mir auf. Okay, wieso, was hat dich da skeptisch gemacht? Also nur kurz noch? Wer ist denn da beim Cast dabei? Keinen, den ich kenne. Ich kenne die Namen alle. Ah, okay, das war das Problem. Nicht vom Aussehen, keine Namen, alles unbekannt, aber es war halt nicht Teen Titans, so vom Cast her, so. Ja, es waren jetzt nicht die Cartoon-Figuren, diese gecastet haben. Ist es eine Netflix-Produktion? Ne, ich glaube, DC slash Netflix. Also, okay, weil Netflix hat ja ganz oft so immer dieselben Schauspieler, beziehungsweise die werden ja immer irgendwie recycelt, habe ich schon das Gefühl, teilweise. Zum Beispiel diese Frau von American Horror Story. Ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Du warst auch bei Bird Box mit dabei und so. Ja, ja, ja. Diese blonde Frau, ja. Ja, die eine Frau mit dem linken Arm und dem rechten Bein, ich weiß, welche du meinst. Ja, 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 genau, genau, genau. Nee, ich weiß auch wirklich, welche du meinst. Und vor Titans, was hatte ich ja geguckt? Hatte ich Punisher geguckt, Punisher Season 2. Wer heute noch nicht Punisher geguckt hat, bitte legt euch dieses Wochenende frei und guckt einfach der Punisher. Erste und zweite Staffel, absolut grandios. Das ist zwar nicht meine Favoritenserie auf Netflix, aber definitiv weit oben. Ich finde das immer, also, ich finde das immer mega, mega schwierig, wenn man mit Leuten über Serien quatscht. Weil wirklich jeder empfiehlt dir irgendeine Serie. Du bist irgendwie so voll, von überall kommt irgendwie, ach, das musst du gucken, das musst du gucken. So, es ist irgendwie krass, du kannst gar nicht so viel gucken, wie dir empfohlen wird. Und heutzutage hat man schon eine gewisse Grundeinstellung. Also, einen kann irgendwie kaum noch was überzeugen. Also, es ist bei mir irgendwie so immer ganz, ganz schwer. Jetzt habe ich immer das Problem irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, man muss sich immer so durch die erste Staffel kämpfen. Und wenn du dann nicht geflasht bist von der Serie, beziehungsweise dir denkst du so, okay, ich will jetzt weitersehen, dann brauchst du echt gar nicht weitergucken. Also, wenn die erste Staffel nicht zieht, sag ich mal, dann kannst du es eigentlich vergessen. Ja. Ja, nee, die erste Folge, da bin ich immer ein bisschen, also, das Ding war, Game of Thrones, die erste Folge hat mich jetzt auch nicht unbedingt gecatcht, auch wenn der Cliffhanger jetzt nicht schlecht war. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, okay, ich muss jetzt. Aber ich habe gedacht, okay, mir ist langweilig, ich gucke jetzt in die zweite. Ja. Dann die zweite. Und dann ging es los. Und dann die dritte. Und dann das Staffelfinale. Nach dem Staffelfinale dachte ich, was ist das für eine kranke Motherfucker-Serie? Das muss ich einfach weitergucken. Ich dachte so, wen wollt ihr ficken? Wen wollt ihr ficken? Da musst du einiges rausbieten, Flo. Also das, nein, das ist ja Podcast für die älteren Zuhörer, die meisten, die ganzen Fortnite-Kinder sind jetzt schon im Bett. Wir haben eh schon was. Und wahrscheinlich Kamikaze oder so. Das sind mir auch immer die liebsten Leute, die immer sagen, ja, du musst immer das und das gucken. Die ersten fünf Staffeln sind nicht so gut, aber danach, danach geht es wirklich los. Halte nur, wenn ich die ersten fünf Staffeln mache. Ich muss dir kurz ein Geständnis ablegen. Ihr beiden habt bestimmt bei Game of Thrones geguckt und ich, ich bin leider noch Game of Thrones Jungfrau, ich habe noch keine Folge geguckt. Nee, aber dann freu dich, ey. Also die würde ich mir wirklich bis zum äußersten Ende aufsparen. Also die musst du wirklich bis zur fünften Staffel gucken. Ja, also da glaube ich, die kann man nicht genug halten. Die wird, also es gibt kaum Leute, die die nicht gut finden, glaube ich. Die kannst du nicht skippen. Die kannst du nicht skippen, das geht nicht. Das ist illegal. Also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du die erste Staffel guckst und da gibt es keinen Menschen, der sagt, nee, ich gucke jetzt nicht weiter. Also ich glaube, ich glaube, man fällt tot vom Stuhl, wenn man sowas sagen würde, weil selbst der liebe Gott dort im Himmel sagen würde, ab in die Hölle mit dem Hohen Sohn. Ja. Wirklich. Also Lukas, angucken. Ich glaube, dieses Jahr im April kommt die letzte Staffel, die absolut letzte. Das ist dann die 8. oder die 9. Finale. Die 8. 8. 9. Ich glaube, 8 und 6 Folgen. Ja. Irgendwie so. Ja, also auf jeden Fall 6 Folgen, meine ich auch. Dann warte ich, bis die ausgestrahlt wurde und irgendwo online ist und dann mache ich einen Marathon, denke ich mal. Nein, wenn du jetzt anfängst mit Game of Thrones, dann bist du doch im April und nicht bei der letzten Folge. Nein, so machen wir das doch nicht hier. Wir warten. Sonst bin ich, ich kenne mich sowieso, weil dann bin ich fertig und dann warte ich auf diese Staffel und dann bin ich komplett enttäuscht. 100 Pro. Nein. Du musst jetzt anfangen. Du musst jetzt anfangen. Du musst up to date sein, damit wir schön im Podcast immer über Game of Thrones sprechen. Wir können ja jetzt auch dieses Game of Thrones-Thema ablehnen und mal darüber reden. Wir sind ja beim Thema Serien. Was sind eure Lieblingsserien? Komm. Game of Thrones. Es geht doch nicht. Nicht Game of Thrones. Na, du siehst. Komm. Ja doch, Game of Thrones einfach. Aber jetzt hier neue Staffeln Pastewka, wenn ich mir auch zu... Ey, Pastewka ist auch so underrated. Finde ich auch richtig geil. Ja. Pastewka habe ich auch, dadurch, dass die ja bei Amazon Prime jetzt läuft, beziehungsweise auch produziert wird, habe ich mir so die neueste Staffel angeguckt, die letztes, oder beziehungsweise die Staffel vor der neuesten jetzt, also gestern oder heute ist, glaube ich, die neueste rausgeguckt. Und die Staffel davor, die war halt die erste mit Amazon Prime. Das lief ja vorher immer auf Sat.1. Nachts. Ja, aber die haben halt auch die ganzen Sat.1-Folgen auch bei Amazon Prime drin. Sehr. Ich habe die neueste Staffel geguckt, habe ich gedacht, okay, die kann man sich doch geben. Man hat das auch gefeiert, deswegen gucken wir es immer so zum Frühstück, weil es ist halt so eine perfekte Serie, so zum Frühstücken, ein bisschen was zu lachen. Ja, gar nicht. Aber es ist halt trotzdem immer genial geschrieben. Ja, aber willst du dich morgens unterhalten? Achso, nee, morgens nicht. Was ist das? Ja, stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber mal irgendwie mal so ein bisschen off-topic, beziehungsweise immer noch da drin. Irgendwie haben die eine Mediamarkt-Folge oder so runtergenommen, habe ich gehört. Also sie hatten wohl eine Folge im Mediamarkt gedreht und die musste aus werberechtlichen Gründen runtergenommen werden. Okay. Ja, das war nämlich die Game of Thrones-Folge, da wurde ich auch Game of Thrones verarscht. Echt? Also jetzt in der ersten Staffel, die von Dings gedreht wurde, von Amazonia. Ah, okay. Da hat nämlich Pastewka angefangen, Game of Thrones zu schauen und konnte nicht mehr nachlassen. Im Mediamarkt dann, oder was? Ja, genau. Also er steht halt so mit seinem, er hat halt diesen komischen Wagen da. Ja? Ein Saab. Also nicht den roten, sondern so ein Wohnwagen praktisch. Achso, den kenne ich noch nicht. Ja, das ist halt in der Amazon Prime Staffel, bei der ersten. Und dann kann er aber irgendwie nicht weitergucken und deswegen bricht er dann diesen Mediamarkt ein oder irgendwie sowas und guckt dann da, ja, die letzte Folge praktisch, die letzte Folge der neuesten Staffel von Game of Thrones und dreht dann richtig durch. Ey, ich muss mir die Staffel nochmal reinziehen. Ja, Pastewka ist ein mega sympathischer Typ irgendwie, so komisches, er hat so ein Master Scorpion-Kinn irgendwie, aber ein mega, weißt du, also die haben so LeFron, Master Scorpion, Pastewka ja alle so ein, irgendwie so ein, hat so ein komisches Kinn irgendwie. Auf dem Vergleich ist es noch nicht gekommen, Flo. Also du musst das irgendwie so, es sieht immer so gespannt aus irgendwie, da ist irgendwie kein Kind vorhanden, so das ist so ein komischer Übergang, da ist kein Hals und, ah, finde ich komisch irgendwie, so. Ja, aber über seinen Hals mit der Ehe immer ganz oft in der Serie, immer, äh, das ist ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Aber Pastewka, echt mega geile Serie, da weiß man, da checkt man halt auch, dass der sich echt richtig viel Mühe gibt, was so, was so die Narrative und sowas angeht, so in der Serie, also was so, also die Witze und so, die sind halt immer perfekt gesetzt, finde ich, also, dass sie auch immer wieder aufgegriffen werden, so. Ja, ist halt so sein, äh, ja, also ich, ich kenne ja, wie gesagt, die neun Staffel nicht, aber er hat ja immer dieses Problem mit seinen Serien und so und, aber er ist ja im Prinzip, er spielt ja im Prinzip wirklich sich. Sich selbst, ja. Ja, er spielt ja sich selbst, also, na, ich glaube nicht von der Persönlichkeit her, ich glaube, er ist im echten Leben wirklich locker so, aber, äh, ja, im Prinzip. Ja, natürlich, er ist so ein bisschen ein paar O-Di auf sich selbst, so würde ich vielleicht sagen, ne? Ja. 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 Man identifiziert sich schon so ein bisschen mit ihm, einfach so, also, beziehungsweise findet ihn auf jeden Fall sympathisch, so. Ja, auf jeden Fall, ja. Obwohl er ja eigentlich so ein Spießer-S-mäßig in der Serie. Ja, im Prinzip, ja, genau. Das ist wie ich meine? Im Prinzip, ja. Im Prinzip will er, das fand ich immer so mega ätzend, er ist eigentlich immer nur er selbst und seine Frau, seine Freundin hasst ihn dafür, dass er so jetzt hier ist, das fand ich immer so, ah, okay, du bist eigentlich die, die unsympathisch ist, so. Anne. Ja, fand ich ganz schlimm, fand ich ganz schlimm. Echt? Ja. Ja, na ja. Ja, das, äh, zum Thema Pastewka. Jetzt vielleicht noch ein kleiner Downer, ich, ich schaue noch am Wochenende Schindlers Liste. Oh, ja, siehst du, den wollte ich auch unbedingt mal angucken, das ist ewig der, dass ich den gesehen habe. Der ist jetzt nämlich 25 Jahre, äh, also vor 25 Jahren wurde er das erste Mal ausgestrahlt, das wird veröffentlicht, äh, und da praktisch zum Jubiläum haben die bei uns im Kino, beziehungsweise, ich glaube, deutschlandweit auch, äh, Schindlers Liste nochmal neu abgetastet in 4K. Ja. Äh, ja, schön drei Stunden oder wie lange auch immer der Film ist, ballern, äh, das wird bestimmt, da wird die ein oder andere Träne fließen. Das ist ein guter, lauter Film, doch. Ja, das ist guter, danach, danach kannst du auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen. Ja, ne, also, das wird, ich glaube, das ist halt einfach ein filmisches Erlebnis, was halt, was man einfach mal gehabt haben muss, also, ich hab den Film halt nur ein bisschen mal geguckt im Fernsehen, aber da halt immer nur so ausschnittmäßig, und ich hab mir, ich hab mir den Trailer reingefahren, als, ich glaube, Robert Hufmann oder so hat er den hochgeladen, ich hab mir den Trailer angeguckt, und ich musste halt einfach schon nach den ersten 10 Sekunden weinen. Echt? Also, das war, ja, also, weil halt so, da hast du so ein kleines Mädchen, und das schreit so, oder... Kein Spoiler, ich weiß nämlich nicht mehr, also, äh... Nein, 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 ja, am Ende sind, äh, ist der zweite Weltkrieg vorbei. Nee, nur weil, das ist ein Haikasel. Ach so. Nee, aber auf jeden Fall, da, da, das... Der Trailer fängt irgendwie so an, und da ist so ein Mädchen auf der Straße, und das ist praktisch so eine Art, glaube ich, gerade so Reichskristallnacht, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Reichskristallnacht ist, aber auf jeden Fall werden da so, äh, die jüdischen Mitbewohner durch die, äh, durch die Gassen praktisch, äh, ja, getrieben wie Vieh einfach, und, äh, so ein Mädchen, so ein, wirklich so ein kleines Mädchen, so wie du praktisch da in, äh, in dieser Grundschule, da, äh, steht das da einfach so daneben und, und schreit dann, verschwindet ihr Juden! Und, und du denkst dir halt einfach so, for fuck's sake, was ist das, also, du, und vor allem zweifelst du danach auch so, wie kann's denn immer noch Leute geben, die, die, die beispielsweise diesen Film sehen, die diesen Film sehen und sich denken, ach ja, eigentlich bin ich aber für die andere Seite, eigentlich sind die Nazis ja doch gar nicht so schlecht. Also wirklich, also wenn man den Film sieht und danach noch irgendwie Nazi ist, also Leute, da muss irgendwas nicht richtig gesteckt sein, also, ja, ne, das ist echt, obwohl ich den Film noch nicht komplett gesehen hab, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das... Ja, aber dann glaubst du wirklich, dass da, äh, wirklich ein, äh, ja, ein, irgendwie ein Nazi sich den Film anguckt und dann da rausgeht und sagt, ja, im Prinzip ist das eigentlich komplett der Schwachsinn, was ich hier mache, das glaub ich nicht. Also, ich glaube, die Leute, die da irgendwie so eine, die kannst du nicht umstimmen, also, ich weiß nicht, selbst wenn du nur mal ein KZ warst oder so, äh, dann verstehe ich, also, ich verstehe es halt auch davor nicht, wie man so eine Meinung haben kann, aber danach, du stimmst halt solche Leute, die wenigstens stimmst du um. Ich glaube, die meisten haben irgendwie noch seine Selbsterkenntnis nach ein paar Jahren, äh, aber wenn die das nicht kriegen, dann kannst du die Leute nicht umstimmen, weil die halt doof sind, so. Ich hasse Nazis, hab ich jetzt so. Ja, ja, ist okay, ja. Lass es raus, Flo, lass es raus, Flo. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, den kann man sich in Kinos angucken, ne? Jetzt stimmt das was. Ja, aber, aber, aber nur, nur an dem Sonntag, ich glaube, der Podcast kommt erst raus, wenn, wenn der, äh, wenn der Film schon gelaufen ist praktisch, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall auch auf Amazon Prime, glaube ich, auch, oder bei irgendwelchen anderen Streamingdiensten, ja. Kauft ihn wirklich auf DVD, ist auf jeden Fall ein wundervoller Film. Mhm. Ja, okay. Ey, das ist schon so lange her, ich hab schon echt vergessen, dass Liam Nielsen spielt doch, äh, den, äh, Schüttler. Ja, hab ich echt vergessen, das ist schon so lange her. Ist der Film nicht auf den Schwarz-Weiß, oder bin ich, äh? Ja, das auf den Schwarz-Weiß. Bist du auf ein Mädchen, das ist halt, also ein jüdisches Mädchen, das ist halt, äh, praktisch, äh, rot. Also, die hat halt eine rote Jacke an, und die ist halt so ein bisschen, darum halt so das Schicksal von einem Einzelnen auch zu zeigen, ist die halt so als kleines Gimmick halt rot eingefärbt worden. Es ist Schwarz-Weiß, aber nur die Jacke ist rot. Achso, okay. Ja, genau. Der ganze Film ist Schwarz-Weiß, bis auf eine Jacke von einem kleinen Mädchen. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein unglaublich schöner und bedrückender Film. Äh, Floyd kommt wahrscheinlich auch mit, also Antonio und ich schon auf jeden Fall, und Floyd hat da auch geäußert, dass er mitkommen wollte. Ich weiß nicht, wie das so wird. Äh, ja, aber ich glaub, das wird, äh, krass. Also, ich will ihn auf jeden Fall mal im Kino gesehen haben, deswegen... Ja. Und ich wollte ihn überhaupt generell mal komplett gesehen haben. Wollen wir drei Stunden im Kino sitzen? Auch eine Pause trotzdem. Wenn ein Film gut ist, wenn ein Film gut ist für Star Wars, sitze ich auch drei Stunden im Kino. Also, ich glaub, da fängt halt um 14 Uhr an, um 17 Uhr ist es halt Ende. Ich weiß nicht, ob davor noch Werbung und sowas alles, also, ich denk mal, so zweieinhalb Stunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Spiellänge ist, aber auf jeden Fall... Nee, ich meine, ich hätte den auch gesehen und der war ziemlich lange. Also, ich hab ihn nicht angeguckt, ich meine, die Spielfilm-Dinge war ziemlich lang. Das ist auch so ein typischer Schulfilm, ne? Also, den guckt man auch mal in der Schule. Also, ich hab den damals in der Schule geguckt, auf jeden Fall. Echt? Ja. In Geschichte, glaub ich, haben wir den geguckt damals. Ja, aber Leute, ich würd sagen, ähm, damit... Mit dem positiven Thema verlassen wir euch. Ja. Äh, wie gesagt, schreibt uns gerne mal die Meinung in die Kommentare, was ihr vom Eminem-Album... Was ihr von Nazis haltet. Ja, genau. Ja, schreibt mal, was ihr von Kamikats haltet. Und guckt euch Stintless-Liste an am Sonntag, in ausgewählten Kinos, wahrscheinlich. Ja. Kino an Eher. Genau. Ja, wir bedanken uns bei Luke, um das dann mit dabei waren. Ich hoffe, du hattest auch einigermaßen Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß, bei euren Konversationen hier zu sitzen und euch zu lauschen. Bis demnächst. Okay, gut. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschüss.